Willkommen zu den neuesten Episoden StrickerTV live im Gespräch heute. Der Katze-Experte Dr. Thomas Binder. Und ich muss leider jetzt die Leute auf YouTube schon enttäuschen, weil Katzenvideos, Katzenvideos haben keinen Platz auf YouTube. Weil es sind nicht nur Katzen, es sind Corona-Katzen mit schweren Verläufen. Und über das, bei YouTube reden wir über Gesundheitsthemen, aber Katzenvideos, die findet man ausschliesslich bei Rumble. Obwohl das alles absolut kompatibel wäre mit den Guidelines von YouTube, möchte ich doch nur die wertvollen, gehaltvollen Inhalte auf YouTube platzieren und alles spielerische, schöne, herzige, niedliche, also mit Katzen und stramplen und Injektionen zu tun hat. Das finden wir alles nicht auf YouTube. Und darum bitte ich euch jetzt einfach ganz herzlich, gehen auf Rumble, rumble.com slash user slash strickertv oder im Suchfeld strickertv. Dort sind wir jetzt live unterwegs und ich verspreche euch bahnbrechende Erkenntnisse aus der feline Tierwelt. Bis dann. Und vom Face-File. Und vom Face-File.